Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Abonnieren Sie den Kanal für die neuesten und heißesten Nachrichten. Sturm der Liebe Star Gabriel Scharnitzke hat aus Angst vor dem Coronavirus eine Chinesin aus ihrer Wohnung geschmissen. Gabriel Scharnitzke, 63, die in Sturm der Liebe Cosima Saalfeld spielte, hat einen Rassismus-Skandal an der Backe. Ich war nach der Kündigung so geschockt, dass ich mehrere Tage nicht mehr zur Uni gehen konnte. Diese Vorverurteilung, nur weil ich eine Chinesin bin, hat mich sehr getroffen, äußerte eine chinesische Studentin aus Berlin jüngst gegenüber Bild. Doch was war passiert? Sturm der Liebe, Scharnitzke hat Angst vor dem Coronavirus. Laut Angaben der Bild war Scharnitzke die Studentin aus ihrer Wohnung. Ich möchte nicht, dass du aus China in meine Wohnung zurückkommst und unsere Gesundheit gefährdest, denn der Coronavirus breitet sich schnell aus, heißt es im Kündigungsschreiben, das Bild vorliegt. Die Studentin erhielt es, nachdem sie Scharnitzke im Januar mitgeteilt hatte, in ihre chinesische Heimatstadt Chandu reisen zu wollen. Allerdings, so die Studentin gegenüber Bild, sei sie gar nicht in ihre Heimat gereist und habe diese Information auch an ihre Vermieterin weitergegeben. Sturm der Liebe, Gabriel Scharnitzke rechtfertigt sich. Gegenüber Bild erklärte die Schauspielerin nun. Ich stellte und stelle auch nach wie vor nicht alle Chinesen unter Generalverdacht, sondern musste mich vor einer real möglichen Ansteckungsgefahr durch einen Menschen schützen. Der aus einem virenverseuchten Gebiet zurückkehrt, bei mir ein- und ausgeht und damit meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Besucher in Gefahr bringt. Nicht umsonst waren das Auswärtige Amt mittlerweile vor Reisen nach China in die vom Virus besonders betroffenen Regionen. Nicht umsonst sind mittlerweile diese Teile des Landes isoliert worden und nicht umsonst haben mittlerweile viele Fluggesellschaften die Flüge von und nach China eingestellt. Sie habe in den letzten zehn Jahren immer wieder Untermieter aus aller Welt, von Indien über Afrika, Türkei, Südamerika, Europa, Amerika und Vietnam. Die Studentin hat jetzt zwei Wochen Zeit, eine neue Bleibe zu finden.